Die Erlauftaler Radsporttage feiern ihr 50-Jahr-Jubiläum. Im Zuge dessen wird mit dem Grand Prix Sportland Niederösterreich das vierte Rennen der ÖRV Radliege der Frauen und Männer abgehalten. Der anspruchsvolle 23 Kilometer lange Rundkurs, welcher neben 290 Höhenmetern auch mit einer Schotterpassage gespickt ist, bietet sowohl beim Damen- wie auch beim Herrenrennen Spannung bis ins Finale. Bei den Damen sind es 39 Fahrern am Start und Max Solar Lindig ist die tonangebende Mannschaft. Sie kontrollieren das gesamte Rennen über das Geschehen. Nachdem es geschlossen in die zweite Runde geht, setzen sich Helene Biber, Phineas Mekal und Alina Reichert wenig später ab. Das Führungstrio fährt fast zwei Minuten auf das Feld heraus und Helene Biber fährt am Ende auch einen souveränen Solo-Sieg ein. Also das Rennen lief für uns richtig gut. Wir hatten schon vorher einen Plan und den konnten wir auch perfekt umsetzen. Wir sind die ganze erste Runde eigentlich von vorne gefahren, um ein bisschen das Tempo zu machen. Und am Ende der ersten Runde haben wir dann angefangen zu attackieren und dann konnte ich mit einer Teamkollegin rausfahren und am Ende auch das Rennen gewinnen. Also es lief richtig gut für uns und es ist immer schön, wenn so ein Teamplan dann auch aufgeht. Und das gesamte Team hat einfach perfekt zusammengearbeitet und ja, der Sieg für das ganze Team. Ihre Teamkollegin Phineas Mekal überlegt Platz 2 und Alina Reichert wird mit 14 Sekunden Rückstand dritte. Lydia Wendke kommt mit dem Feld ins Ziel, sprintet auf Rang 4 und verteidigt damit das Kronenseitung-Führungstrikot. Ihre schärfste Konkurrentin Petra Schanko, Kokina Graz, fährt auf Rang 7 und bleibt damit führende in der MESMO 23-Wertung. Ich habe ja vorab schon gesagt, wir werden halt auf jeden Fall das Trikot verteidigen und halt auch gewinnen. Die Frage ist halt, wer von uns gewinnt und wir hatten halt mehrere Optionen und die Optionen hat ja super funktioniert mit Platz 1 und 2. Und mit Platz 4 habe ich gut mein Trikot verteidigt, also alles erfüllt. Bei den Männern sind 53 Fahrer am Start des 23 Kilometer langen Rundkurses. Bereits in der zweiten von sieben Runden gibt es eine Vorentscheidung, da sich gleich 13 Fahrer vom Rest des Feldes entscheidend absetzen können und einen Vorsprung von über 10 Minuten herausfahren. Dabei unschlagbar der Auftritt des Team Vorarlbergs, die gleich 5 Fahrer an der Spitze platzieren können. Bei die, die du tun es nicht. Wir haben hier ein Fahrt von Olle und Rheibeste Rad in Dirol und ist Sebastian Putz, der hier. Wir sind hier aufhundig mit einer Pflicht des Süds. Wir haben hier aufhundig gesichert und jetzt, wir sind hier aufhundig gesichert. Wir haben hier aufhundig gesichert. In der vorletzten Runde setzen sich Lukas Meiler, Colin Chris, Stüssi und Moran Vermäulen ab und auf den letzten Kilometern fährt Meiler solo dem Ziel entgegen und gewinnt nach einer Fahrzeit von 3 Stunden 52,47. Ja, wir waren natürlich mit einer großen Mannschaft da. Unser Ziel war das Rennen sehr selektiv zu gestalten, immer in Überzahl zu sein. Genau das haben wir geschafft. Wir waren von Anfang an in der großen Gruppe mit fünf Mann vertreten. Wir haben das dann zum Schluss die letzten zwei Runden mit Moran und Colin und ich eben vorne auch wieder in Überzahl und zwar haben wir es eigentlich spielen können und dann am Ende zuerst der Colin attackiert, dann jemand drüber setzen können, weg gewesen und dann habe ich es irgendwie heimgebracht. Nein, es ist cool, es ist gut gelaufen, so wie wir es uns vorgenommen haben und so macht es natürlich super viel Spaß auch Rennen zu fahren. Ein Renncampag feiert Oberösterreichs Rennstahl-Velbermeer Simplon-Wels. Verletzungsbedingt musste das Kontinental-Team in den letzten Wochen eine Pause einlegen. Doch nun sind die Messestädter zurück und können prompt einen Podiumsplatz einfahren. Waren vermeulen der Gesamtsieger der ÖV Radliga 2021, muss sich letztendlich nur der Überzahl des Team Vorarlbergs geschlagen geben und kommt mit 21 Sekunden Rückstand als Zweiter ins Ziel. Das Stärkste hat er gewonnen, absolut. Ja, also hoher Top. So wie die Gefahren sind jetzt war, war brutal. Das hätte mir natürlich selber mehr erhofft, aber ich glaube, nach meiner Handwurzelbruch kann ich sehr zufrieden sein. Zum Schluss habe ich jetzt weder an der Hand, aber nichts, was behindert war oder so, als ich habe trotzdem Vollgas fahren können. Bei Rinkovet-Veriks zeigt ein neuer Ankömmling auf. Der slovenische Skiger Horvath wechselte drei Tage vor diesem Rennen vom slovenischen Team Adrian Mobil nach Steyr und präsentiert sich bei seinem ersten Liga-Einsatz gleich stark. Und beendet das Rennen auf dem fünften Rang. Ich bin glücklich, hier zu sein und freue mich über diese Gelegenheit. Ich werde das Team mit guten Resultaten unterstützen. Der Tscheche Daniel Turek kommt als 17. ins Ziel und verteidigte seine Führung in der ÖRV Radleger Gesamtwertung. Es war heute nicht perfekt, alles zusammen aber nicht schlecht. Das Feld war nicht sehr groß. Die ersten zwei Runden wurden sehr aggressiv gefahren. Es war eine gute Situation für große Teams. Der Tag war für uns damit gelaufen. Abschließend können wir mit dem zweiten Platz von Moran zufrieden sein. Und ich habe das Führungsdrikot verteidigt. Nach dem vierten von acht Liga-Rennen sieht es in der Tabelle folgendermaßen aus. Bei den Frauen führt Lydia Wendker mit 538 Punkten vor Petra Schanko mit 449 Zählern und Helena Biber rückt mit 428 Punkten auf Platz 3 vor. Die Teamwertung führt Max-Olar Lindig Women Racing vor Team Kukina-Abe, Graz und SDP Cycling Club an. Bei den Männern führt weiterhin Daniel Turek mit 554 Punkten vor Rainer Keppling und Matthias Reutemann. In der Teamwertung führt weiterhin das Team Felbermayr Simplon-Wels vor Rinker Fett-Wegs und Team Vorarlberg ist von Rang 5 auf Rang 3 vorgerückt. Für die Frauen findet das nächste Liga-Rennen am Salzburgring statt und die Männer können bei der Burgenland-Rundfahrt Punkte für die ÖV Radliga sammeln. Liga-Rennen 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 Bis zum nächsten Mal.